Mädel-Leute und herzlich willkommen zur Wochenschau. Direkt zum ersten Thema. Aktuell wird diskutiert, ob wir als Klasse entweder auf Klassenfahrt oder auf Schüleraustausch fahren wollen. Letzteres würde in Madrid, Spanien stattfinden. Bei einer Klassenfahrt kommt man nicht so weit. Wahrscheinlich nicht einmal nach Polen. Die Debatte wird allerdings noch einige Zeit dauern. Wann und ob das Thema wieder in den Videos vorkommt, steht also nicht fest. Der Großteil der Klasse zeigt sich mittlerweile pro Austausch, während einige noch dagegen oder unentschlossen sind. Am Anfang dieser vergangenen Woche zeigten wir Unterschriften vor. Es handelte sich um die aktuellen Halbjahreszeugnisse. In meiner Zeugnismappe fanden wir jedoch eine Urkunde der 8. Klasse wieder. Darauf waren folgende Noten vertreten. In das Auge sticht vor allem die linke Seite des Bildes. Sie beinhaltet auch die Mathematik 6. Vergleicht man die Mitte mit dem Rest der Fächer, so kommt diese dem Betrachter gar nicht einmal so schlimm vor. Der rechte Rand hat es jedoch nochmal in sich. Hier kann man drei Fünfen und eine Eins entdecken. Nach einer Wiederholung der Klassenstufe konnte ich mich in den meisten Fällen verbessern. So auch in der 9. Klasse. Die Versetzungsgefährdung bleibt leider trotzdem bestehen. Seit letzterem haben wir nun eine neue Lehrkraft im Fach Kunst. Die Deutschlehrerin ließ uns in Gruppenarbeiten den Turm zu Babel analysieren. Von den Stunden an sich war ich leider eher enttäuscht. Erwartet habe ich anstatt Kunstgeschichte eine entspannte Zeichenaufgabe. Bevor die Stunden aber begonnen hatten, wurde der Klassenraum mit offener Tür hinterlassen, sodass eine Pause innerhalb des Raumes möglich war. Auch der PC im Raum war wieder an einer zentralen Stelle. Es wurde von uns Metal-Dash gespielt und Musik gehört. Aus einem bisher unbekannten Grund wurden wir bedauerlicherweise erwischt. Am gleichen Tag wurde mit uns geschimpft und dazu seiten wir später dem Hausmeister bei seiner Arbeit helfen. Das haben wir dann auch gemacht und ich möchte als Klassensprecher allen danken, die dabei geholfen haben, die Strafe abzuarbeiten. Zum Schluss wie immer das Wetter in Emskirchen. In der bayerischen Region wird nun zunehmend besseres Wetter erwartet. Heute zum Beispiel bekam Emskirchen viel Sonne ab. Die Temperaturen beliefen sich auf maximal 7 Grad Celsius. Morgen soll es wieder etwas kälter werden, vor allem in der Nacht. Das klare Wetter soll aber bestehen bleiben. Am Dienstag wird es dann wieder etwas wärmer werden. Und damit verabschiede ich mich auch wieder von euch Zuschauern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag Metal Off. Tschötschö. Und erzählen von der Organisation. Die soll bilden und erziehen unsere Generation.